Willkommen zurück zu einem neuen Overwatch mit mir, dem Nebo. Mal schauen, was wir heute für einen geilen Typen bekommen. Letztes Mal hatte Mervyn ja glaube ich jemanden, der irgendwie, oder der hatte ja zumindest einen Suspekt, wo im Team aber noch einer auf der neuen Inferno-Map irgendwie ein Spinboard anhat oder so. Mal gucken, was es jetzt hier gibt. Oh, Mirage. Boah, hat einen krassen Deagle-Skin. Irgendwas kann man nicht lesen. Urban, Rubble oder Rubbish oder whatever. Da muss man nicht springen, weiß er nicht. Okay, Gegner hat 13,4. Gar nicht schlecht. Er hat 12,7. Okay. 33% Headshot. Neun Runden gespielt. 5,3 für die CTs. Wir konnten seine Mates ihn ja nicht töten. Okay. Mal gucken, was uns jetzt hier dargelegt wird. Die Schüsse sieht er logischerweise. Den trifft er nicht. Er nimmt aber weiter. Den trifft er auch nicht. Versucht er die Wall zu bangen. Trifft aber auch nicht. Jetzt geht er schon in Double-Zoom. Sieht die Flash. Wird absolut geblendet. Schießt einfach random. Trifft aber auch nicht. Trifft nochmal nicht. Guck jetzt nach hinten. Wen gibt er einen Headshot aber? Das ist hier so ein typischer, ich spiele auch Only-Scout-Typ oder was? Oh Mann ey. So. Scout-Mitte. Niemand da. Drei sind B, zwei sind A, einer ist A und einer ist Collector. Das müsst ihr ihn gleich sehen. Samet hat nur noch 13 nehmen. Einer pusht und hinter den T-Spawn. Ich habe mir jetzt nicht den Dingens gehört. Ich habe es auch nicht auf Voll-Lautstärke glaube ich gerade. Aber man hat die wahrscheinlich steppen gehört. Wieder Headshot. Der drückt aber auch nur Headshot wird der Scout. Jeder Kill ist aber ein Headshot. Huh. Strange. Die Gegner zu dritt auf B und die sind alle A. Auch merkwürdig. Und der Maid stimmt trotzdem noch. Ah, ist Winter gestorben. Es ist niemand auf A und die schaffen es nicht zu planten, während drei Leute B sind. Oh, kein Headshot. Was ist da los? Ey, können die jetzt mal die Bombe legen. Wie behindert sind die eigentlich? Ich. Ich. Wow. Oh, I'm plating the Bombe. Ein Gegner in der Aave, ein USB auch geil. Hm. Okay. Sieht mir ein bisschen am Trigger aus manchmal. Hm. Komisch. Ich meine, den hat er gehört, aber er hat das Bild gelaufen. Direkt weg. Aber 32 Tick und so. Das war ein Headshot. Okay. Das war ein Headshot. Das war kein Headshot. Das war ein Headshot. Hm. Ah, die letzten Kettel. Das ist ein Eis. Das verdiene ich. Okay. Ich will kein Eis machen. Ah, der ist gemacht. Ne, der hat keine Eis gemacht. Nur vier Kills gemacht. Mhm. Okay. und sonst so mein lieben zuschauer was geht bei euch ab was gibt es neues alles fehlt er schafft sich über den zaun zu springen er ist nicht fit ok seiten anlauf 3 gegen 4 1 halb was liefert jetzt ein mail hier ab das war keine das hätte für mich nicht sein müssen aber läuft doch einfach raus und keiner knallt ihn ab auch bewundernswert ok was ist das für ein spiel also ich finde das mega merkwürdig ich bin von seinem mail angeschossen ich finde das mega merkwürdig also die sind einfach ultimativ schlecht aber irgendwie erstmal rückwärts aufs bot laufen ich weiß nicht ob die keinen ton haben hören tun sie ihn scheinbar nicht das war ein headshot ok 28 9 kein schlechtes sitz da wird er geblockt und ist inkompetent da muss man nicht hoch springen was macht er denn ist ja nur dämlich kein recoil hm sehr merkwürdiges spiel denn was ich glaube schon dass es ein aimer ist oder das gibt es mir jetzt nicht erzählt dass er einfach durch die wand drückt ja auf jeden fall ganz ehrlich das ist ein aimer oder irgendein aimbot oder so das ist ja lächerlich jetzt also das gerade war ich noch ein bisschen ding jetzt aber das war jetzt schon er kommt in die räume und dies und das und der dreht sich einfach in irgendwelche hecken und gibt ihn mal instant hm 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 was ist da los ich meine nicht so dass der gegner ist natürlich ultimativ scheiße wie da war weil typisch am planten umwechsel noch auf die waffe und steht noch auf und jetzt wird nicht getroffen also nicht stark ja hier sind wir jetzt angezeigt und mit der fp von was nicht so dann beide an der einer narve ja so schlecht vom gegner wenn man wenn man der fuses anfängt dann steppt man da noch nicht weil dann weiß man das ist ja safe dass dass man nur gefakt hat, weil du kannst ja beim Diffuse nicht weglaufen. Aber nicht alle sind so klug. Keiner mitte, einer wählt, 4a. So, wo sollen die Mates jetzt wahrscheinlich alle an sagen, wo weiß er irgendwie trotzdem dass hier einer ist. Ja, da hat er den Trigger gerade noch an gemacht auf der Tastatur irgendwo. Ich meine, er guckt einfach die ganze Zeit nach rechts. Nach dem Motto, ich muss kurz die M-Lock-Taste anmachen. Warte, warte, warte. Dann auf einmal kommt er um die Ecke und zack drauf. Ja. Komm, also. Ja, ja. Also Vision Assistance würde ich jetzt nicht sagen. Aber eben auf jeden Fall. GGWP. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau.